Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Tag 3. Heute fahren wir. Wir waren uns jetzt gerade Frühstück holen und ja. Und dann sind wir jetzt gerade wieder angekommen am Campingplatz. Wir haben bis um 10 Uhr geschlafen oder gedöst. Bis 10 Uhr nicht aufgestanden. Ich sehe so miserabel aus. Wir waren gestern noch in der Sauna und dann im Entspannungsraum und so und haben uns noch einen schönen Abend gemacht. Man merkt echt vom Wandern, dass die Waden mordsmäßig wehtun und die Füße. Also schon echt krass. Also ja, wir haben nach 14 Kilometer gemacht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und jetzt kommt die Sonne gerade richtig hart raus. Und auf jeden Fall, ich würde es wieder machen. Es war jetzt das erste Mal, dass ich wandern war. Ich würde es wieder machen, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich so 14 Kilometer machen würde oder ob ich ein bisschen weniger machen würde oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie halt auch die Strecke ist. Wir hatten viel, wo wir hochklettern, also wo wir hochlaufen mussten, vor allen Dingen über große Steine und so. Ich schätze mal, das war das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat. Dazu hatte ich nicht diese Wanderstücke, weil ich mir damit echt blöd immer vorkomme. Aber im Endeffekt waren die echt gut. Aber naja, was soll man machen? Ich habe die jetzt nicht genommen. Und auf diesem Campingplatz sind so unheimlich viele wiedergekommen. Seit gestern sind bestimmt wieder so um die 6, 7 Wagen wiedergekommen. Sind ja alles Campingwagen. Und wir sind die einzigen, die richtig im Zelt campen. Also schon echt krass. Und die gucken uns auch alle ein bisschen schief an. Aber wir haben so warm im Zelt, weil wir uns so einen Heizkörper geholt haben. So ein Lüfterding. Und das macht schon echt eine Menge aus, muss ich echt sagen. Also schon echt krass. Auf jeden Fall. Heute machen wir noch ein paar Drohnenaufnahmen. Und genießen so ein bisschen nochmal die letzten paar Stunden. Wir checken um 14 Uhr aus. Das heißt in zweieinhalb Stunden. Und das war es eigentlich im Endeffekt. Fahren wir noch vielleicht irgendwo hin bis 16 Uhr, 17 Uhr. Und dann fahren wir auch nach Hause. Also wir wollen halt eigentlich nur Drohnenaufnahmen heute machen. Und das war es dann halt auch eigentlich im Endeffekt. Also nicht wirklich viel, was wir heute noch machen wollen. Die Drohnenaufnahmen zeige ich euch natürlich auch noch. Die werden dann auch noch in einem extra Video hochgeladen. Und ich habe jetzt die letzten Tage gefilmt. Und hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben, die ich gemacht habe. Und ja, daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und viel Spaß bei noch ein paar Einblicken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.